Hier sehen wir dann ein Sagraruslied, eine schöne Sitzecke, alten rustikalen Schrank. Hier auch wieder für die Kinder, kann man schön im Schrank verstecken, die Kinder. Schöne Sitzecke, separate Toilette, Badewanne, Waschbillen. Und hier hat man ein richtig schönes Himmelbett. Man könnte meinen, man ist in Venedig, direkt davor, ganz ganz toll eingerichtet. Und schöne Engelchen und Blick raus, ganz ganz toll.